Riese & Müller E-Bikes made in Germany mit einer besonderen Ausstattung. Hier sind wir knapp über 5.000 Euro. Das ist für ein Riese & Müller Bike eigentlich so normal, oder? Um die 5.000? Ja, ist tatsächlich relativ normal. Gerade mit guter Ausstattung sind wir schon so bei fünfeinhalb schnell unterwegs bei Riese & Müller. Kriege ich denn was für Fiat bei Riese & Müller? Bekommst du gerade so, ja. Besonderheit hier ist Langlebigkeit. Das heißt, du hast ein Fahrrad mit wenig Serviceintervallen, weil einfach klar, du kannst im Service fahren, wann immer du willst, aber das Ding ist quasi servicefrei. Das hat hier ein Carbonriemen drauf, hat eine Schaltung, die auch nicht groß nachjustiert werden muss, oder? Genau, also nachjustiert werden muss es schon ein bisschen. Da laufen zwei Züge dran, die müssen auch hin und wieder mal nachgespannt werden, auch irgendwann mal getauscht werden. Also es lohnt sich trotzdem schon zum Service zu kommen, aber es ist halt tatsächlich so, dass das ganze System schon sehr auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Deshalb haben wir hier auch den Carbonriemen dran, den haben wir ja schon öfter gezeigt. Der hält halt richtig, richtig lange. Ist nicht mit einem Kettenantrieb zu vergleichen. Ist ja leise, oder? Ist super leise. Du hast einen ganz kleinen Widerstand, also das ist so ein Nachteil tatsächlich von dem Carbonriemen. So ein Schlupf, so ein kleiner. Ja, so ein bisschen fährst du halt wirklich gegen die Schaltung an. Ist nicht viel, aber das ist ein Idechen. Beim Trekkingbike absolut fein, aber beim Mountainbike würdest du es jetzt wahrscheinlich eher nicht fahren wollen. Ja, also einen kleinen Schlupf mit drin. Das kenne ich von der Namenschaltung. Hast auch das Gefühl, so ein ganz, so ein kleines bisschen, die Kettenschaltung ist ja quasi fast verlustfrei. Klar, du hast die Reibung an den Ketten noch so ein bisschen dran, aber wenn man die ein bisschen schmiert. Schmieren ist ja hier nicht. Ja, ich grüße dich erst mal. Guten Morgen, Tobi. Ja, grüße dich so. Hi. Ja, das heißt, schmieren ist nicht, oder? Genau, schmieren ist nicht. Wer das Ganze so ein bisschen pflegen will, der kann den auch ein bisschen sauber machen und einen Riemenwachs verwenden. Aber ganz ehrlich, brauchen tust du es eigentlich nicht. Nicht so. Und der Rest ist übrigens auch verschleißfrei, bis auf die Bremse. Ich glaube, die Bremse ist so das Einzeste. Und die Reifen, wo man sagen muss, da kann jetzt was verschleißen. Aber auch die Reifen sind sehr langlebig. Performance-Reifen von Schweibe. Was heißt Performance? Das heißt vor allem, dass die sehr, sehr gut rollen. Wir sehen es auch schon vom Profil her, sind die jetzt eher glatt. Das ist jetzt ja das Roadster-Modell, was wir hier vor uns haben. Das wurde vorher immer mit Gravel-Bereifung ausgeliefert. Die waren nicht sonderlich pannensicher. Da sind die schon ein Stück weit vorne. Wer das möchte, kann natürlich auch sich nach wie vor G1 mit kleinen Stollen draufziehen lassen. Also ich fasse mal zusammen. Du kaufst so ein Fahrrad und bist wahrscheinlich die nächsten Jahre glücklich. Der Name hat einen hohen Wiederverkaufswert. Hier ist noch Lucien. Grüß dich, Lucien. Hi, Sven. Ja, die sind sehr gefragt bei Ebay. Kleinanzeigen. Oder Kleinanzeigen heißt ja noch. Kleinanzeigen, jo. Klar, weil die Leute wissen, was sie dann bekommen. Und meistens ist es so, dass die Leute dann halt auch gut darauf aufgepasst haben. Das ist ja oft so bei einem Riesemüller. Da achtet man natürlich, dass das nicht im Regen steht oder irgendwie schlecht angebunden an einem Zaun ist, wo dann der Lack verbollert ist. Also die Räder sind schon oft im guten Zustand, wenn die bei uns hier nach zwei, drei, vier Jahren kommen. Und dann pflegen wir die weiter natürlich hin. Ja, der Antrieb. Mittlerweile sogar in Billig-Bikes drin, habe ich gesehen. Für deutlich unter 3.000 Euro kriegst du ein Performance CX. Aber die Gesamtzusammenstellung hier mit einem unglaublich performanten Motor und dieser, ich sage mal, extrem robusten Rahmenform auch. Das heißt, du hast ja überhaupt kein Flattern hier bei dem Rad, oder? Nee, genau. Das ist auch der Punkt bei dem Rad. Das soll ja schnell sein und auch in der Kurve und im Berg runter mit 50, 60 Sachen nicht zappeln und sonst was machen. Bei der Schaltung muss man aufpassen. Das ist ja die Inviolo-Tracking, das heißt 380% Übersetzungsbandbreite. Es gibt bald auch eine, oder es gibt sie jetzt vielleicht schon auch, die günstigere City-Version mit 250% Übersetzung. Das heißt, da muss man aufpassen, das ist ein bisschen die günstigere Nabenschaltung. Oder halt, wenn es gar keine Inviolo ist, dann haben die natürlich eine schlechtere Spreizung und sind nicht so robust und können vielleicht auch den CX nicht. Das heißt, nur weil jetzt eine Nabenschaltung ist und ein CX drin ist, heißt das nicht, dass die vollen 85 Newtonmeter zu verfügen sind. Also das muss man mal kurz übersetzen. Nicht jede Nabenschaltung, hier ist eine Nabenschaltung drin. Vielleicht nochmal kurz, man muss die Riemen vielleicht mal spannen. Aber anders wie bei einer Kettenschaltung ist diese Schaltung hier, funktioniert immer, auch wenn die Riemen mal nicht hundertprozentig gespannt sind. Also du hast hier keinen Gang, den du genau treffen musst, die ist stufenlos. Das ist quasi wie so ein unendliches Intervall. Natürlich irgendwann ist es am Ende, wenn du durchgedreht hast den Griff, aber es ist halt so ein fließender Übergang. Es ist lautlos, es ist stufenlos. Mach mal bitte, also dass man das nochmal sieht, hier vorne ist ja die Schaltung. Das heißt, du drehst da dran, das ist ganz intuitiv, oder? Genau, man braucht gar nicht viel zu erklären, weil wenn das Männchen einen abgeflachten Untergrund hat, dann ist es bergrunter oder geradeaus. Und wenn es leichte Steigung geht oder richtig steil geht, dann dreht man nach vorne. Und dann wälzt sich das Ganze und dann sieht man ja auch, dass das kleine Männchen mit dem Fahrrad hier den Berg hochfährt. Und dann weiß man ganz genau, man spürt es auch direkt. Es ist die Zusammenstellung aller Details. Also wenn du hier drauf schaust, allein die MB Rolo kostet ein kleines Vermögen, der Carbonen Gatestream, der kostet schon, ich glaube 300 Euro, hält aber dafür, ich glaube 15.000 Kilometer, oder? Also 15.000 locker. Wir hatten schon welche, die 30.000 gefahren sind und sich nicht großartig gelenkt haben. Die halten schon einiges aus. Die Pedale sind die gut, die da reisen? Die sind richtig gut. Du hast einen satten Stand drauf, also die Standfläche ist relativ groß, die Lagerung ist gut. Und dann hast du hier so eine Teerfläche, dass du halt mit Straßenschuhen wunderbar dich draufstellen kannst, ohne dir die Schuhe kaputt zu machen. So, und dann kannst du hier ja das Kaufen mit GPS-Sicherung, die ist bei dem sogar schon mit dabei. Das ist ganz praktisch, weil die Fahrräder tatsächlich nicht so gern geklaut werden. Du kannst es auch nicht so einfach ausbauen, weil du nicht weißt, wo es verbaut ist. Wisst ihr es denn manchmal? Wir wissen, wo es verbaut ist, klar. Kann ja auch sein, dass da mal was mit der Verkabelung verkehrt ist, irgendein Spannungsfehler auftaucht oder so. Da muss man schon wissen, wo das Teil sitzt. Es lässt sich ausbauen. Ich bin mir sicher, dass es da so ein paar Profis gibt, die das hinbekommen. Aber das ist schon eine größere Operation. Das machst du mal nicht eben auf der Straße. Ja, und viele wissen das gar nicht. Dann hast du hier natürlich eine ordentliche Bremsanlage mit dabei. Hier eine Einkäuben vorne und hinten. Das ist mehr als ausreichend, denn wir sind hier im Trekking-Bereich und nicht im Downhill-Mountain-Bereich, oder? Genau, zwei Kolben vorne wie hinten. Das reicht eigentlich dicke aus für das Bike. Wir haben auch ordentlich große Bremsscheiben, die nicht sonderlich schnell heiß werden oder sich verziehen. Also ich glaube, mit Magura-Bremsen ist man immer gut bedient. Akkuleistung, was kann der? Da haben wir jetzt 625 Wattstunden drin. Also auch das reicht dicke aus. Das Rad ist extrem schnell. Das heißt also hier eine ganz besondere Radkombination, die meistens problemlos über 25 kmh zu fahren ist. Wenn man diese Fahrräder kennt im Mountainbike-Bereich, da ist es nicht so. Wenn du damit hinter dem Blutdruck, Luftdruck fährst, dann kämpfst du immer so gegen die 25 kmh an. Das ist ja anders. Du fährst das Rad ganz oft ohne Unterstützung. Ja genau, weil wir ja den Bosch CX haben. In der vierten Generation entkoppelt der ja auch. Und da haben wir jetzt so das gegen diese Wand fahren oder mit so einem Gummiband hinten dran. Das Roadster bildet ja so ein bisschen die Brücke zum Urban. Das Urban ist ja noch einen Ticken leichter, hat aber wegen dem Fahrt zu erhalten einen schwächeren Motor und einen kleineren Akku mit 430. Und das hier ist halt für die Leute, die ein schnelles, bisschen leichteres Bike haben wollen und keine Kompromisse, was Akku und Motorisierung angeht, haben wollen. Und da ist das Rad halt mit 22 Kilo, ja so 23 Kilo schon. 23 Kilo, aber das ist im Mountainbike-Bereich, wäre das jetzt ein sehr, sehr leichtes Rad. Also wenn wir jetzt ein 21 Kilo Fuli hätten als Beispiel, das heißt, man kann es auch noch sehr, sehr gut transportieren. Es sind eben keine 30 Kilo. Genau, also das ist auch so ein bisschen atypisch für Ries und Müller schon fast, dass du hier ein sehr, sehr leichtes Bike hast. Ries und Müller baut ja immer sehr, sehr robust. Und hier haben wir jetzt halt wirklich ein Rad, heißt ja auch Roadster, sondern das halt vornehmlich für die Straße ausgelegt ist. Du kannst auch mal auf Waldwegen fahren, aber gerade mit der Bereifung kommst du da schnell an die Grenzen. Und deshalb passt das halt auch sehr gut, dass es ein sehr, sehr leichtes Rad eben ist. Ja, Magua, Bremsanlage, die Beleuchtung, die ist absolut erwähnenswert. Denn hier wurde eine Beleuchtung angebaut, allein die kostet schon richtig Geld. Ja, also mit der Beleuchtung sind wir da auch jenseits von den 250 Euro insgesamt. Wirklich, also das sind alles so kleine Details. Das ist ein richtiger Scheinwerfer hier drin, der könnte auch auf dem Auto sein, oder? Ja, also die sind richtig, richtig hell, die Supernova-Lampen. Siehst du jetzt ja auch schon direkt, das leuchtet schneeweiß und hat eine gute Ausleuchtung. Kostet natürlich alles ein bisschen was. Und so ist das halt grundsätzlich bei Ries und Müller. Du hast halt sehr hochwertige Teile verbaut in allen Bereichen und dadurch kommt dann eben auch die Summe zustande. Ja, du hast eine Gabel vorne, da gehen wir gleich mal kurz drauf ein. Nein, das ist eigentlich die Top-Gabel für den Bereich Trekkingrad, weil sie wartungsfrei ist. Also du hast hier null Wartung mit drin. Das ist vielleicht auch ein Riesending, also passt genau zu dem Fahrrad und dämpft ordentlich. Genau, die dämpft ordentlich, ist eine Stahlfedergabel. Wie du schon sagst, da muss dann jetzt kein Öl gewechselt werden und keine Dichtungsringe. Die ist wartungsfrei, da stellst du deine Vorspannung ein, kannst du auch noch sperren, wenn du das möchtest, wenn du mal, keine Ahnung, längere Zeit den Berg nur hochfährst. Das war's. Das war's, genau. Das ist, glaube ich, wichtig, dass es unkompliziert ist. Was ist denn mit Klappern? Das ist, glaube ich, auch noch so eine Geschichte. Was habe ich früher als Kind, was mich rumgenervt mit quietschenden Schutzblechen? Wie ist denn das hier? Die Schutzbleche sind an vier Fixpunkten fest, also zumindest hinten vorne sind es drei Fixpunkte. Dadurch klappert und wackelt da eigentlich fast gar nichts. Also selbst ganz hinten am letzten Ende ist das immer noch stabil und so soll es halt auch sein. Ja, Racktime, Gepäckträger mit drauf, also ein wirklich extrem stabiles Rad. Nimm es mal bitte runter, dann zeigen wir mal gerade, da ist nämlich das neue Smart-System dabei von Bosch. Und das ist jetzt mittlerweile ins zweite Jahr gekommen, fast ins dritte Jahr jetzt. Und so langsam wird klar, was Bosch vorhat damit. Also das ist jetzt noch alles drahtgebunden. Das Display, das ist eigentlich das Top-Display, oder? Ja, eins von den Top-Displays ist das Kiox 300. Mittlerweile ist jetzt ja auch das Kiox 500 rausgekommen. Eigentlich das gleiche Display, nur ein bisschen größer, ein bisschen ablesbarer vielleicht. Hat die meisten Funktionen eigentlich drin. Also du kannst dich auch navigieren lassen. Ist jetzt keine 3D-Karte, dafür nimmst du eher so das Handy dazu. Aber du hast halt so eine schöne Streckenführung, kannst dir deine Fitnessdaten anzeigen lassen. Ladezustand logischerweise, Wartleistung, Trittfrequenz, also alles was du möchtest. Was ziemlich cool ist, du kannst ja das ganze Fahrrad mit einer App anpassen. Du kannst zum Beispiel auch eigene individuelle Leistungsstufen einstellen, wenn du zum Beispiel besonders viel Reichweite haben möchtest. Ja genau, dann sprichst du die Bosch Flow App an. Wir haben ja jetzt hier das in einem neuen System und da ist es halt schon praktisch, dass man in dieser neuen Bosch App dann einstellen kann, wie viel Power der eigentlich geben soll. Das heißt, verleihst du dem, das Rad dem Nachbarn oder irgendeinem Bekannten, kannst du einstellen, dass der nur so und so viel Unterstützung halt bekommen soll. Also ihr müsst das mal Probe fahren. Es ist wirklich besonders natürlich, wenn ich das als Jobrad liese, wo es nicht auf jeden Euro unbedingt ankommt, wo ich dann sage, okay klar, ich meine jetzt ist jeder Euro natürlich wertvoll in der heutigen Zeit, aber wenn du hier was Einfaches kaufst mit der Ausstattung, wobei es wird schwer, weil viele Rahmen überhaupt nicht vorgesehen sind für einen Riemenantrieb, oder? Und vor allen Dingen auch, das Rad hier hat eine Möglichkeit mit 150 Kilo Systemgewicht. Das gibt es ja für so schnelle Bikes ja auch nicht. Die sind meistens auf 110, 115 Kilo ausgelegt. Und hier kann man mit dem Rad nochmal auf 150 Kilo Systemgewicht gesamt kommen. Das heißt, hier wiegt das Rad jetzt knapp 24 Kilo, weil es die Envi Yolo hat, nicht 23 wie die Kette. Das heißt, die Person, die da drauf ist, kann halt locker mal nochmal 125 Kilo wiegen. Das ist ja schon mal eine Ansage. Ja, schön ist die Lenkerform. Wenn du mal so lieb bist, setz dich mal drauf, Tobi. Dann sieht man auch, die Lenkerform ist original Holland und so bequem wie kein anderer Lenker. Also das ist was ganz anderes wie ein Mountainbike-Lenker. Ja, das muss man schon zugeben. Also früher hat man sich immer so ein bisschen drüber lustig gemacht, über die Holland-Lenker, die Stuttgarter Bügel. Aber wenn man es mal gefahren ist, gerade so im Stadtbereich, es ist halt maximal bequem. Also so willst du eigentlich Fahrrad fahren. Ja, und dann noch der richtige Sattel drauf. Und das kann man noch adaptieren. Ist der Sattel per se gut? Der dabei ist. Ich sag mal, ist der für den deutschen Standardarsch gedacht? Weil es sind ja die Sitzhöcker, die, glaube ich, angepasst werden müssen. Das heißt, wichtig ist, dass die Sitzhöcker, das kann man fühlen, das sind diese Quatsch, wenn ich drauf sitze, sitze ich ja auf zwei Knochen. Ja, also für die meisten passt der tatsächlich schon hin und wieder muss man ein breiterer drauf. Schmaler haben wir eigentlich eher selten, also es kommt halt wirklich darauf an, dass hier die Sitzfläche genau zum Gesäß dann passt, beziehungsweise zu den Knochen. Und das kann man aber ausmessen. Ja, also wenn der Sattel übrigens euch schmerzt nach einer Zeit und richtig schmerzt, dann ist er wahrscheinlich falsch für die Sitzhöcker oder zu weich. Das ist nämlich das, was viele nicht wissen. Die denken, oh, da kaufe ich noch einen weicheren, dann schmerzt es dann nicht mehr. Genau das Gegenteil ist der Fall. Genau, am schlimmsten ist dann noch, wenn so eine Gelauflage oben drauf ist und generell so ein riesen Sessel verbaut ist, weil die empfindlichsten Nervenbahnen, die hast du auf der Innenseite von den Sitzknochen. Und wenn du dann einsinkst, dann drückt irgendwann das Polster eben genau auf die Nervenbahn und dann wird es schnell taub und unangenehm. So, das hier, wir sind ja hier in einem Fachhandel mit Beratung. Das muss man in der heutigen Zeit mal erklären. Ihr habt quasi ein begehbares Ladengeschäft, also in der heutigen Online-Zeit. Dort kann ich als Endkunde während der Öffnungszeiten ohne Anmeldung reinkommen und kann mit euch reden. Ihr habt auch einen Serviceansprechpartner. Da muss ich kein Ticket ziehen online, muss kein Fahrrad einschicken. Man gibt das Rad quasi bei euch ab. Ist das richtig? Das ist alles fast richtig. Es empfiehlt sich schon, einen Termin zu machen. Gerade wenn ihr von außerhalb zu uns kommt, einfach, dass wir auch genug Zeit für euch haben. Es gibt schon immer mal wieder die Situation, da kommt der Reisebus und es stehen 30 Leute im Laden. Und da willst du dann ja schon trotzdem deine Stunde, anderthalb Beratung haben und auch mal in Ruhe Probe fahren. Deshalb gerne einen Termin machen, schadet nicht. Natürlich bedienen wir jeden, der reinkommt. Ja, gerne auch unter der Woche. Das ist natürlich, da habt ihr mehr Zeit. Jetzt ist sowieso Winter. Wir haben, heute ist der 5. Dezember, morgen ist Nikolaus. Und dann wird sich der eine oder andere das vielleicht als Weihnachtsgeschenk unter den Baum stellen. Und besonders interessant ist es ja als Leasing. Dort wird es nämlich ohne Finanzierungskosten quasi, wenn man das richtig rechnet und das mal darstellt. Und du zahlst ja normal Zinsen, mittlerweile nicht mehr zu knapp, ja, sondern 6, 7 Prozent. Bei der Bank schon, beim Jobrad-Leasing ist es anders. Ja, theoretisch gesehen können die Kunden hierher kommen, suchen sich ihr Rat aus. Wir machen mit denen dann dieses Leasing-Angebot. Und dann, wenn das dann durch ist, können die das direkt dann mitholen. Das ist bei manchen Leuten schon am gleichen Tag oder am nächsten Tag gegangen. Und da haben die keinen Cent auf den Tisch gelegt, sondern konnten direkt das Rad mitnehmen. Ja, das wird dann brutto wie netto vom Lohn abgezogen. Das ist ja interessant. Es ist eine Gehaltsumwandlung. Dadurch sparst du per se, je nach Steuerklasse, bis zu 40 Prozent. Also es hängt davon ab, was es ist. Es gibt auch Leute, die sparen gar nichts, aber das ist eher selten. Man spart immer was. Und das Coole ist, du musst das Geld überhaupt nicht am Tisch legen. Die Schufa wird nicht informiert. Also es gibt auch Leute, die sagen, oh, habe ich ein bisschen Probleme gehabt mit Easy Credit oder so. Hab vielleicht einen Schufa-Eintrag, denn der Arbeitnehmer haftet. Genau, das läuft ja. Der Arbeitgeber. Genau, der Arbeitgeber, über den läuft dieser ganze Rahmenvertrag. Es gibt auch viele Leasing-Gesellschaften, da kannst du halt noch Zubehör noch mitholen. Das heißt, wenn die Leute sagen, oh, ich hätte gerne eine stärkere Lampe, aber 300, 400 Euro sind mir zu viel oder ein Display für 400 Euro, dass ich schön navigieren kann. Helm auch? Es gibt eine Leasing-Gesellschaft, da geht auch ein Helm, ja. Geht auch ein Helm. Und der Vorteil ist halt einfach, so ein Display oder so eine Lampe, die dann 300, 400 Euro zwar zusätzlich zu Buche schlägt, kostet dann vielleicht mal 3 Euro netto mehr. Was ziemlich cool ist, ja, das kenne ich vom Fahrzeug-Leasing. Was ziemlich cool ist, du kannst am Ende der Leasing-Zeit übernehmen. Das ist also auch ein Mega-Argument. Denn für knapp unter 20 Prozent des Kaufpreises löst du es aus und dann ist es dein Rat. Nach 36 Monaten machen ganz viele mittlerweile. Also Job-Rat-Leasing ist ein Megathema. Trotzdem wissen es viele noch nicht, oder? Genau, also du bezahlst dann 17, 18 Prozent und dann gehört es rein rechtlich, es ist dein Eigentum. Du bist nämlich nur der Besitzer. Und ja, wir haben das schon öfters, dass die Leute dann sagen, ja, jetzt habe ich endlich mal ein Zweitrad, gerade in der Saison, wenn dauernd viel los ist mit der Werkstatt, dann habe ich ein Ersatzrad oder habe was für die Familie noch. Sag mal, Tobi, ist hier die Sattelstütze gefedert? Die ist gefedert. Sag mal, wie funktioniert das? Diesmal kein Parallelogramm, es geht ganz klassisch einfach nach unten und du hast gute 4, 5 Zentimeter Federweg. Also ist schon richtig bequem. Ist das für den Rücken, hauptsächlich? Genau, ist eine Stahlfeder drin, da kannst du auch die Vorspannung einstellen, je nach Gewicht, dass dann ein bisschen stärker gespannt ist oder schwächer. Super bequeme Geschichte, auch wartungsfrei. So, Konrad, Greenbikes, wenn wir solche Produkte vorstellen, immer ganz wichtig, wenn du mal gerade noch ein bisschen zur Seite machst, noch ein bisschen dein Logo. Ich zeige gleich. Ach, die Rückseite nehme ich auch, ja. Konrad, Greenbikes, das Ganze ist in der Pfalz. Mittlerweile ist ja der 1. FC Kaiserslautern, ist ja aufgestiegen, bleibt das so? Dazu besser kein Kommentar, die ganze Zeit war es ja irgendwie, ging es ja in Richtung 1. Liga, jetzt irgendwie, ne, besser. Was auch immer, ich kenne mich ja nicht aus mit Fußball, aber spätestens jetzt wisst ihr, wir sind in Kaiserslautern, das liegt so ungefähr zwischen Frankfurt und Saarbrücken. Nur für Leute, die Kaiserslautern nicht mehr kennen, weil der Verein ja lange nicht mehr präsent war. Aber es lohnt sich dann zum Betzen zu fahren. Das Coole ist, eine der Teststrecken bei euch geht nämlich zum Betzenberg hoch und da geht es auch leicht hoch. Also da kann man schön den Berg probieren. Da geht es schon ganz schön ordentlich, teilweise hoch, genau. Das merkt man gar nicht so, weil sich das so lange hochzieht. Der Vorteil ist halt auch, wir haben ja hier dann halt noch diese, ja, die Straße, das ist so eine Spielstraße, das dann heißt, die Leute können hier in Ruhe ihre Runden drehen und müssen nicht nach zwei Minuten wieder vom Rad runter, sondern können mal ein bisschen ausprobieren. Und die Steigung so am Schluss zum Hauptbahnhof, die ist schon ordentlich. Also da kann man das schon mal gut testen lassen. Vielleicht noch kurz erwähnenswert zum Thema Jobradleasing ist, dass das Fahrrad immer versichert ist. Also das ist auch ein Mega-Argument, dass du da nicht rumdiskutieren musst mit deiner Haushaltversicherung. Was? Sie haben ein Fahrrad für 6.000 Euro. Das ist nicht versichert. Bis dreieinhalb wäre es versichert gewesen oder so. Keine Ahnung, was da kommt. Oft auch gegen Vandalismus. Das hängt davon ab, für was man sich entscheidet. Das Thema Service und Wartung ist ja hier reduziert, haben wir schon gemerkt. Also es ist nicht mehr so viel, was man hier warten muss. Und das macht Ries und Müller auch aus. Ihr seid einer der großen Ries und Müller-Händler, auch einer der ältesten tatsächlich. Das stimmt tatsächlich. Also unser Vorbesitzer, wir haben ja hier einen Laden übernommen, der hat Ries und Müller eigentlich schon so ziemlich von Anfang an geführt. Und wir haben das ganze Programm dann eigentlich relativ sofort ausgeweitet. Also wurden dann schnell Erlebnis-Store mit dem Ziel, halt wirklich die ganze Bandbreite immer anbieten zu können. Auch immer jedes Testrad da zu haben, dass du halt auch wirklich alles ausprobieren kannst. Ja, also heute einen absoluten Kracher. Das hier ist so ein ähnliches Rad. Was ist das hier? Ist das auch so ein City-Bike eigentlich hier auf der? Genau, das ist das Urban Six. Das gibt es seit diesem Jahr. Das ist ein ganz leichtes Rad. 18 Kilo gerade mal. Und ja, das haben wir auch momentan auch im Angebot. Das kostet normal, glaube ich, ich gucke mal auf das Preisschild. Ich glaube 5,5. Warte, ich gucke mal. 5,5. Nee, 5,299 und kostet jetzt? 3,999. 3,999. Was ist da für ein Motor drin? Da ist der Fazua Ride Sixty drin. Also der mit 60 Newtonmeter, der neuere, der stärkere Motor. Ist halt wirklich ein super City-Leichtes Trekkingrad. Also für leichte Feldwege geht das auch noch. Und ist halt sauleicht. Also jeder kann das halt tragen mit 18 Kilo. Und der Riemen ist natürlich auch praktisch, weil dann die Leute auch nicht mehr so fetten und reinigen müssen. Ja, und das hast du am Anfang erwähnt. Das sind eher so die großen Klopper, die dann deutlich über 30 Kilo sind. Je nachdem, wie man sie ausstattet, oder? Genau, also du hältst jetzt gerade auf das absolute Reiserad drauf, auf das Super-Delight. Ein Fully mit Fox-Ausstattung. Mit dem kannst du wirklich, ja, Wüsten durchqueren. Also das Teil ist für alles gerüstet. Davor steht dann noch das Charger 4. Auch ein super solides Trekkingrad. Also das sind dann eher so die schweren Geschosse, ne? Ja, guckt auf den Kanal Dennis Katzer. Dennis mit einem N. Und der fährt genau dieses Rad und ist auch gerade in Marokko unterwegs mit dem Fahrer. Der hat es immer dabei. Dennis und Tanja haben jeweils eins. Die sind die Markenbotschafter für Riese und Müller tatsächlich. Ja, vielen Dank euch. Und ich wünsche euch noch viel Erfolg in diesem tollen Store. Das Coole ist, ihr habt euch schon sehr früh, ich sage mal, auf relativ hochwertige Räder committed. Ihr habt sehr günstige Räder, die funktionieren auch. Wir können das ja mal zeigen. Also hier ist zum Beispiel ein Raymond da. Das liegt so um die 2.000 Euro. Da geht es jetzt schon los, reduziert. Also hier 2,199, kriegst ein schönes Hardtail. Kann man aber nicht vergleichen. Denn wir haben hier jetzt natürlich eine tolle City-Ausstattung mit Schutzblechen, mit einer tollen Lichtanlage, mit allem drum und dran. Wenn die Leute immer kommen und sagen, ach, alles viel zu teuer, kriegt man ja schon für 2.000 Euro. Kriegt man nicht für 2.000 Euro. Also sowas hier hat seinen Preis. Genau, also du bekommst zwar ab 2.000 Euro so rund, bekommst im Angebot schon mal ein vernünftiges E-Bike, aber eben nicht mit Vollausstattung. Also hier hast du ja von Frontgepäckträger bis Schutzblech und ordentliche Lampe ist ja schon alles dran. Das hast du für 2.000 Euro dann halt nicht. Ja, Konrad Greenbikes am 5. Dezember 2023. Das Riese und Müller, jetzt lese ich mal ab, die haben nämlich immer so tolle Namen. Das Riese und Müller Roadster Mixed Vario 45 cm mit 625 Wattstunden und Smart System von Bosch Best 3. Tschüss. Das Riese und Müller Roadster Mixed Vario 45 cm mit 625 Wattstunden und Smart System von Bosch Best 3.